Was ist der Pflegestützpunkt? Pflegestützpunkt ist die zentrale Anlaufstelle der Stadt Heidelberg für Menschen, die behindert sind, krank oder für ältere Menschen und ihre Angehörigen. Zu uns, meinen beiden Mitarbeiterinnen und mir, kann man kommen, wenn man Fragen und Sorgen hat und den Wunsch nach Unterstützung. Wir verstehen uns als eine Art Lotsen, die durch den Dschungel der vielfältigen Angebote führen und wir versuchen dann gemeinsam mit den Betroffenen in einem Gespräch herauszufinden, wie wir seine Situation verbessern können. Wir haben hier den Vorteil, dass wir eine eigene Kurzzeitpflegevermittlung haben. Das ist ein gut etabliertes Angebot in Heidelberg, gibt es seit 1995 schon und können dann somit kurzfristig Kurzzeitpflegeplätze in der Regel anbieten. Es ist kostenlos, wir beraten also unabhängig und kostenfrei. Was ist der Pflegevermittlung? Wie springt das02. Was ist der Pflege, der Pflege her? Wie plan wollen Sie es? Was ist der Pflege?